Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's play together League of Legends Mach mich so fettig ey Oh man ey Heute wieder zu fünft Mit Marion Und ihrem Ehemann Nein Ja dem würde ich nicht heiraten mit Zocker Ach komm auf jeden Fall Wer nicht würde ich sagen Dennis was ist aus uns geworden Ja weiß ich nicht doch Hast du mich schon abgeschrieben Ne ne ich hab dich Facebook noch geedit Ja Lukas mit Jungle Hat seinen Namen geändert Thorns of Lukas Sehr toll Wir hatten eigentlich eben schon ein Game aufgenommen Aber da hat Lukas so Grandios Erbe verkackt Ja klar immer nur Lukas Hallo der stand 3.15 Hey was spielt eigentlich Lukas Kragas Jungle Kragas Jungle Ja Lukas kann leider nichts sagen Weil es muss reise sein Ich find's schade Weil sonst spiel halt ich immer mit Ich maine halt Mitte Und gewinne halt eigentlich immer Aber Ja gut Dennis wollte halt Und ich mein Dennis und ich Wir verstehen uns immer besser Und deswegen wollte ich einfach Das Dennis wird Ja Lukas Mutter ist halt Andy Milf Und deswegen brauchst du den Schönheitsschlaf Ich bin im Jahrhundert Schau raus Scheiße Naja 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 Nixen Red Papa und Lukas ja Wie ist ihre Position Ey Was habt ihr nicht verkauft Dennis du solltest Solltest vielleicht mal dein Intro Aufnehmen bevor du Also so Aufnehmen Und dann immer einspielen Weil sonst hast du immer dieses Gegag Das kannst du doch jetzt nicht behand dem Let's Play sagen. Doch, ich kann schneiden. Das kann man nicht schneiden. Achso. Ja, ich kann schneiden, aber ich nehm auch gerne die Finger mit ab. Ich glaube, einen echten Dennis kann man aber nicht schneiden. Nee, nee. Nee, mich gibts nicht in Scheiben, mich gibts nur als Stück. Ja, du Stück. Dennis gibts nicht in Scheiben. Ja, eben hat Miumudi Top den Vollhaus hoch gewonnen, ey. Das war kacke, Lukas, dass du so. Und dann ist er aufgewacht. Das wär echt cool, ey. Das alles einfach machen, ne, Shit Happens. Mach jetzt schon wieder einen hohen Ping. Ich glaube, wir sollen hier dann so pullen oder so ein Scheiß. Das mach ich doch. Leute, das ist ja auch natürlich sehr normal, ne. Auch im normalen Haushalt, ne. Dass die Eltern immer um 0 Uhr morgens immer Ebay sind. Um ihre Artikel zu checken, sag ich mal. Deswegen jetzt mal so eine Hardcore-Pings hab. Ich hab jetzt meinen Schlafrhythmus endgültig umgestellt. Ich bleib jetzt immer von... Äh, du denkst hier. Ich bleib jetzt immer bis 7 Uhr in der Früh auf. Und dann geh ich, Ben. Pfff. Mein Bruder soll jetzt Psychologen. Ich Psychologen kaufe. Äh, Quatsch. Ich hab kein Trinket gekauft. Nein. Gut. Wir gehen, komm. Alter, die Lux hat 12 Rüste, Lukas. Spielst du Artigra, oder? Ey, du bist doch ein Troll. Wieso spielst du nicht Artigra, oder? Dietmar da. Bitte doch mal den Lukas, Dietmar. Ich glaub, ich mach jetzt eh gleich Caps Lock einfach rein. Ich werd jetzt eh... Die neue Tasse. Hammer Caps Lock. Äh, die Lane wird nicht so easy wie die letzte. Einfach weil's Trundle ist. Ach, Trundle Ultra-P. Trundle Tryhard. Alter, die hat schon mein... ...Hard kaputt gemacht. Das hat einfach keinen mehr. Ja, nicht deswegen. Oh, mach den. Ich bin in Jahrhunderts im Vorraum. Wieso macht sie ihren Job? Wie kann sie nur? Oh, ich hasse Lux. Der starke Kich. Kein Trinket, das ist unfair. Ich bin in ihrer Position. Nein. Alles voll geladen. Also ich geh jetzt dann drauf. Nein, du gehst nicht drauf. Wir brauchen dich noch. Queen Mary Ann. Queen Mary Ann, nein. Lass mich zurück. Bring die Mission zu Ende. Alter, im Ernst? Ja. Lukas, ich will jetzt keinen Gank in der Mitte haben. Ich hab auch Rechte. Easy. Pro Flash need it. Ja, danke Lukas. Du weißt ja, ich farm immer so colossal gut. Deswegen kannst du auch immer meine Creeps nehmen, Lukas. Das ist kein Problem. Ich kenn's mich ja. Lulu ist auch einfach ein tricky Supporter. Danke Lukas nochmal, dass du smart bist. Bei dir hat kein Mana mehr. Der Schöndl hat gerade mit einem HP überlebt. Mit Ark? Das war ja gar nicht mehr geworden. Pass auf, nächstes der Schöndl kommt und du bist tot. Oh, schau, da steht er noch. Der hat auch so weh. Immer noch. Schön, mir so gut. Ein HP. Dann musst du nochmal neu rechnen, Mimo. Van hat halt ein Farm von 20, ich hab ein Farm von 9, aber sonst... Was, ohne Scheiß? Krass. Mimo, der Jungle. Ja, ich hab mein Jungle. Ich hab grad die Länge gepusht, hau ab. Geh weg. Dennis kommt zu uns. Lukas, die brauchen unten Gang. Geh da hin. Ja, aber es ist halt so gepusht, ne? Asriel, brauchst du eine Karte? Fast gut. Nein. Ja, Lugas, hast du deinen Red Buff gut abgesessen? Oh, Lugas. Bin noch nicht mal richtig da. Hallo. Dieser Kragas. Oh, das krieg ich einfach nicht. Oh, musst du mir so tryharden. Jetzt hab ich kein Flash. Wir werden diese Bot-Lane verlieren. Davon ist auszugehen. Ich bin in Jahrhunderte voraus. 31er Farm. 20. Ich bin in Hallmutter. King. Ich hatte mal ein Rank-Team, ein AD Carry, der hatte nach 10 Minuten schon 150 Creeps oder so. Gut, ich brauch ja den Farm nicht. Ja, Lukas ist sehr nett heute. Jetzt gibt es kein Zurück. Ich hab auch schon Träne gekauft, weil ich weiß, ich krieg eh keinen Blue-Buff. Lukas kommt zum Creeps nehmen. Ja, Lukas, du kannst ruhig den Blue-Buff dann haben. Top gankt er auch nicht. Ja. Nee, doch, er hat gegangt. Die Creeps hat er gegangt. Oh, fuck. Erstmal versuche nur wirklich den Last-Hit zu machen, dass du nicht, sonst gar nicht hittest. Weil sonst pusht du einfach. Nicht sonst gar nicht hittest. Ja, Lukas steht da auf der Ladel und holt sich ein bisschen XP. Das ist die Play, wie man ihn kennt und liebt. Was steht denn der jetzt da so rum? Der kommt durch XP. Ja, der kriegt halt XP. Och, Dietmar. Dancing in the Moonlight. Ja. Junge, wenn dank diesem Song jetzt mein Video wegen GEMA gesperrt wird, dann reporte ich das schon. Oh, den Scheiß. Das kann sein. Oh, dieser Legendary Memo, er ist echt Legendary. Wer hätte auch dieses Game gewinnen können? Nein, warum, Mädchen? Warum? Mädchen. Komm, hau ihn um, hau ihn um. Gib mir ein M. Oh, scheiße. Bin ich gestorben. Hast du noch... Alter, das war so schlecht. Ja, ich habe auch ein Entzünden dabei, warum auch immer. Ich wollte eigentlich... Ich habe keinen Dings dabei. Das war jetzt wirklich mal ein Hashtag TryHard. Ja, mach's auch. Die Mitte ist weg. Was war das denn, TryHard? Das war ganz klar... Warum habe ich überhaupt ein Entzünden dabei? Habe ich meine Masteries überhaupt eingestellt? Das hat ein Entzünden mit den Masteries zu tun. Ja, dadurch, dass ich meinen Barrier nicht eingestellt habe, gehe ich davon aus, dass ich meine Masteries auch nicht eingestellt habe. Ich bin in Jahrhunderte voraus. Ich bin in Jahrhunderte voraus. Doh, 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 doh. Doh, 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 doh. Damn, dead bell, Wattow. Macht sich apokalyptisch an. Der braucht schon Masteries. Ich spiele auch immer ohne. Nee, dieses Spiels estrews nicht online. Das ist Next Level. Ich spiele ohne Masteries. Junge, der ist Level 1? What the fuck? Wie ist ihre Position? Hört sie doch! Jawoll! Krasser Scheiß. War der ARK oder was? War der ARK oder was? Alter, wo bist denn du eigentlich raus? Ich denk mir, warum macht meine Uli auf einmal 3 Viertel seines Lebens weg, ey? Wer hat denn da richtige Bedrohung? Keine gefunden! Gib mir die Koordinaten! Da ist ja kein E-Spaar mehr, Aua. Im Ernst? Die Lulu hat bei beide Kills, gell. Dieser Krager. Hashtag dumm gelaufen. Tööö, damit hat er nicht gerechnet. Aber der Mimo gewinnt voll seine Lane. Naja, er hat gar die Pässe brauchen. Ups. Ja, der hat mich voll gerusht, der Typ. Da ist er Russian. Der will so gut genug essen, ne? OMG. Da muss ich erstmal jetzt hier... Was ist das hier? Golden Puffs muss ich erstmal essen. Ein Golden Puff. Von Mr. Schoko. Oh. Richtig toll. Ein Golden Puff, bitte. Wie ist ihre Position? Richtig Blubar, Fluggers? Wenn die irgendwo einen Ward setzten, gehen wir sofort rauf. Weil ich kann Auto-Hit und Q und du machst einen und dann lass sie sofort weg. Du kannst auch Auto-Q, Auto-Hit und lass jeden Ward weg. Okay. Hm. Mit ist weg. Bist du schon Level 6? Nein. Mit ist weg, mit ist weg. Hier ist auch Miss. Oh. Nein, ich kann nichts machen. Bist wohl weg. Mein Schrank ist immer noch weg. Wo ist die Mitte, frage ich mich. Ist hier wieder beim Blubar verhelden, oder was? Ja. Ja. Und diese war weg. Ich bin dabei. Oh, meine Brasse. Wieder so Mimo, oder? Hm? Dass ich mal ne Ulti nach oben schießt, meinst du? Hm, ne. Lukas sollte einfach mal ganken kommen. Lukas, das gehört, ne? Hm. Aber ich glaube, Lukas wird nicht kommen. Ich glaube, ich auch ne. Er will nicht, dass ich meinen Len gewinne. Disrespect. Wie ist ihre Position? Why are you no engaged? Ist da jemand low von denen? Ja, genau. Weil du halt reinblitzt und irgendwie alle mit deiner Ulti wegschleuderst. Sollen wir halt reingehen? Ich glaube... Ja vorher, du Depp. Du, das ist echt noch physiopathischer, wenn er nur schreibt. Jetzt gibt es kein Zurück. Hallo, roffel Olaf. Hallo, roffel Olaf. Mit ist weg. Gib mir die Koordinaten. War schon wieder Scheiße, ey. Ob ich hier die Länge bin. Boah, der Lack. Miss hier. Scheiße. Nicht im Ernst. Ja, wo kommt denn... Miss hier kam ein bisschen... Doch. Warte, nein. Das war gar nicht du... Miss, Miss, Miss Dennis? Hab ich schon. Ich hab Chris. Warte auf den Chat gucken. Schade. Schade. Ah, das ist jetzt blöd. Ich denke, die den lenkt so, alter. Schade. 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 Ja, Rainer! Ich bin in Jahrhunderte voraus. Das läuft ja richtig gut. Schade. Locker weg. Scheiße. Der hat den Redbuff. Wie ist ihre Position? Oh mein Gott, ich bin Eichhörnchen! Ihre Waffen sind nicht beeilt. Genau, push einfach gar nicht. Ich? Ja. Warum sollte ich denn... Nein, ist gut, weil du vorhin die ganze Zeit immer gepusht hast, war ernst gemeint. Einfach nur die Last sich setzen. Das hat sich sehr ironischer gehört, muss ich auch sagen. Genau, push einfach gar nicht. Passt schon. Oh, da kann der Langgang von Lugas. Mimo, Alter. Mimo, Mimo verliert da seine ganzen kleinen Teile. Don't worry. I'm fine. Yeah, it's very easy. Wow, dieser E-Spell, Marion. Wieso schaust du mir zu, du Ficker? Ja, das ist mein Mädchen. Denkst du hier, zock, honk auf. Der Zocker... Der Zockernkopf. Der Russe aus der Ostfront, ey. Zocker, komm, Kopf, ey. Zockernkopf. Mimo, Alter. Oh, Mimo, Alter. Ich bin dabei. Gut. Double Ward. Warum? Hey, vielleicht hast du auch einen reingemacht. Doppelt Heldbecker. Ich meine Let's Plays oder was? Mit ein paar Viewern hier. Ja, genau. Ja, genau. Die ist Bronze, ja. Deswegen Plus, Plus. Ah. Du kannst es auch auf meinen Channel, meinen Let's Play Channel machen. Da habe ich schon 2000 Abonnenten. Echt? Wow. Mein Schum. Wir haben sieben Monate. Hast du mal ein Nacktvideo hochgeladen, oder? Oh, 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 oh. Niemorgen. Ey, das wurde gleich, das wurde wieder, das wurde gleich gesperrt. Ja. Übrigens, da oben ist ein Mautilus. Ja. GG YouTube. Gib mir die Koordinat... Final Private Sphäre. Dancing in the Moonlight. Wo geht ihr denn jetzt hin, ey? Ja, Reiner hier, los! Was macht ihr denn da? Rausame, düstere Zuge, ne? Zu einfach. Nein, Merz. Dieser Socker-Wog. Oh, die Luxus, ja. Ja, oben ist die. Ja, ja. Oh, die ist so stark, die Luxus. Brügel im Eck. Oh, der hat ein Blue-Waff, geil. Verarscht mich, oder? Alter, der hat schon zusammen von 90, ey. Der ist rein, Alter. Zieh mir die Koordinaten. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Sag mal, ist die Lux immer nach oben? Ja. Was ist denn da los, ey? Ja, die wollen mich unbedingt. Ja, ich glaube auch, ey. Wo ist der Nautilus? Ich sollte ihm vielleicht noch ein paar Chancen geben. Macht er grad seinen Weg, lacht, der Motherfucker, ey. Ey, Trunl ist miss. Ja. Achtung, ja. Den Nautilus nimm ich noch mit. Oh, scheiße. Junge, das war zwei Spells und die ist halb rot. Oh, schade. Das war worst. Und so war das worse. Proxy-Farming. Proxy-Farming. Kein Mana. Danke, dass du puschst, Lucas. Das ist gut. Rusch weiter. Dein fett Bauch. Santa Gaga. Mach mal da. Ja, erst mal lach, ey. Ne, ich hab drei von drei Wards placed, leider. Schüssigkeit, ja. Wo macht ihr den hin? Okay. Ich hab einfach kein Mana, sorry. Ja, ist kein Ding. Oh, ich will nicht sterben. Ich sterb. Glaub ich. Nein. Gut. Warum nicht? Ja, weil wir zwei gegen zwei sind und die mehr... Oh, Mimo! Juhu. Bitte ist weg. Warte, ich warte hier. Hier ist Nautilus, Mimo. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ach, scheiße. Gut. Ja. Das ist einfach eine Klatsche. Ja, war sinnvoll, den... Ich hab zwei Sekunden Ulti. Zwei Sekunden Ulti. Ja, ja, Mario, entschuldig. Ganz klar, du bist genauso auf den Supporter gegangen. Try harder. Oh, fuck. Oh, nö. Okay, ja, wir müssen noch nicht gewinnen. Das überraschieren. Wir müssen nicht echt... Marion schuld. Oh, man, oh. Wollen wir die Börsen? Oh. Ja, okay, das war schon auch meine Schuld. Ich dachte halt, dass irgendwie die schon so gut wie tot ist und das wäre halt dann noch den zweiten quasi noch, ähm... Ja, du solltest es denken, den Jungs überlassen hier. Oh, wow. Oh. Oh. Man hat die Börsen. Imo, komm. Imo. Oh, so, der ist voll. Fuck. Wo geh ich eigentlich hin? Ja. Bin die Lux noch. Ja. Ja, geil. Keiner Ulti. Scheiße, ich hab in acht Sekunden Ulti. Ja, dann kannst du einen... Oh. Ich hab jemanden getroffen. Ja. Alle Systeme geladen. Hau irgendwas weg. Lukas hat nur sechs Sekunden. Was? Wie schnell laufen die denn? Was willst du, Junge? Du hast hier keine Chance gegen mich. Naja, ich weiß nicht. Okay. Sehr gut, der Ulti. Gib mir Lukas. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Lukas ist... Solltest echt... Gib mir mal auf sie. Ja, oder auch nicht. Hier, vordet er. Jetzt gibt es kein Zurück. Ach, scheiße. Ja, ich muss jetzt... Scheiße, scheiße. Ich verstehe nicht, warum du immer initiiertest gegen ein Team, das von den Kills her weiter ist und von den... von den Creeps. Ja, soll ich gar nichts machen? Ja, richtig. Zwei gegen zwei sollst du gar nichts machen. Ich riesig bin gut, dass gerade... Drei gegen zwei kannst du was machen. Zwei gegen zwei sollst du gar nichts machen. Okay. Oh. Nicht traurig, wenn ich es bitte schon wieder. Gut, Lukas. Also, wo ist die Loks? Die war voll. Weiß ich. Ich mach dir. Also, unser Tower ist wahrscheinlich durch, oder? Ja. Euer Tower ist durch. Und die Mitte... Jo. Die Ulti, die war... schon hart. Wieso, wie steht ihr denn unten? Ja, der Tower ist weg. Ja, der vier ist nur drei. Lukas, auch so Lukas hat unten die ganzen Kills bekommen, ne? Oder genommen? Bekommen oder genommen? Ne, ne, ne. Bekommen, würde ich sagen, weil, äh... Wieder noch. Genommen würde ich ja niemals sagen, dass... Oh, Entschuldigung. Zwei. Ekelhaft. Hey, da können wir den Timmyen auf ins Team, das weiß ich den Team an. Jetzt werden deine Viewer krank. Das müssen wir kommen, ey. Sie wissen nicht, gegen wen sie sich stehen. Oh, schau mal, was hier... Ja, der Supporter, unten, Jungler. Alter, der Jungler kriegt gut aus dem Maul. Ja, dann machen wir den jetzt. Ach ja, Mist. Ja, ich jangle eine, äh... Okay. Oh mein Gott, war das scheiße. Ulti in vier Sekunden. Drei. Zwei. Eins. Random Ulti. Die war echt da hinten, Alter, what the fuck. Schmiedchen, was machst du eigentlich? Ich mach einen Hit drauf. Ja, war sinnvoll. Einen Hit? Ey, dann wirst du jetzt berühmt. Naughty, da ist okay. Machst du eher so den Schlager-Hit oder... Hier, der ist... Lock-Hit. Der ist fast tot, Mann. Was macht ihr denn? Ihr könnt ja locker töten. Genau. Ach, ne, die Ulti hättest du auf Dings machen müssen. Auf Vayne. Ach, scheiße. Ja. Hättet ihr vielleicht auch noch bekommen. Muss man wieder auf einen Top-Lane. Was denn? Spiel das nächste Mal Nami. Warum? Weil du mit Nami gut bist. Ja, und das ist viel besser als Nami. Was hätte ich denn jetzt machen sollen? Hat Dennis nicht gerade gesagt, was du hättest machen sollen? Euch lassen wir nicht mehr auf die Bot-Lane, es gibt ja eh Krisen. Siehst du, da war schon die Kuba-Krise. Kalter Krieg. Oh, scheiße. Aua. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Ah, ne, der ist hier wieder. Wie denn da oben? Sag mal, übrigens, wir werden kriegen gerade beim zweiten Tower durchgeputscht. Gern, also zur Info. Oh, die fliegt mal. Okay. Dein Farm ist doch okay. Dein Farm ist total beschissen. Ja, für deine Bot-Lane-Verhältnisse meine ich. Eieieieiei. Wieso ist der Supporter eigentlich die ganze Zeit irgendwo anders? Unten eine 1v2-Lane. Du fain. Also ich geh jetzt... Kannst du pushen, Lugas? Du kriegst ja eh den Farm. Ja, das ist noch so funny. Ich geh drauf. Ich war hoch, Mimo. Scheiße. Nullo-Push. Ultra-Hardcore. Oh, Lugas. Ich geh doch mit. Alles ist Thema geladen. Problem hält der Turretes aus. Oh, ey. Das ist doch versischt. Egal. Lugas ist... Lugas ist weg. Die schafft es halt auch einfach... Lugas ist irgendwie Flash, hoffen, GTF-Kombo. Genau. Ey, sie hat ja auch's gegen uns gegenüber viel mehr Kills. Bio, ist das dein Ernst? Oh, der Red Buff. Die Lulu, die Trident noch. Geladen und bereit. Ey, die kommen alle zu euch runter da, ne? Hier so. Oh. Nautilus und Rundle. Oh, sie kommen bitte. Lulu hat mich ge... Hunderte voraus. Ey, der Trundle, der haut mich. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Komm hoch. Hast du Passive, hast du Passive? Ne. Scheiße. Er hat meinen Sprung geblockt. Ja, wenigstens ein Support. Ey, Doppelkill zu... Nein, wat? Ich hab gar keinen Support dafür bekommen, für die. Vorsicht. Alter, wo kommt der denn her? Oh, der drin. Wir haben doch überall gewordet, wo kommt der denn her? Ich check's auch nicht. Junge, die Looks, Alter. What the fuck, ey. Der hat nicht mal... Der hat nicht mal einen Protsch. Der hat nicht mal... Ich verstehe das nicht, wo der herkommt. Kann mir jemand helfen? Kann mir jemand helfen? Oh, Dragon OP. Boah, ich hab's geschafft. Schön. Grausame düstere Zukunft, hm? Danke. Tonnenweise doch. Tonnenweise ist doch schon gekommen. Ja, der Ton war sehr fett, ja, ne? Ey, du hast den Namen erfunden hier, also. Ja, aber Lukas hat den geklaut. Alter, dieser Bauchromer. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Alter, Lukas, fick dich. Dafür krieg ich aber den nächsten Blue. Ich muss jetzt mal diesen Tower wegpushen. Ja, grausame Düstere Zukunft, oder? Das ist Maybe, natürlich. Das ist Maybe, natürlich. Ich bin hier, Watt. Gut, Gott. Maybe. My bad. Diese Lops, Alter. Die Waffen sind ein wenig veraltet. Der Typ geht mir auf den Sack hier. Ja, weil er jetzt gespielt ist. 3-3 reicht schon, was ich kann. Der Wahnsinn. Euer Team hat einen Turm zu stehen. Bitte weg. Oh, scheiße, der kommt jetzt schon. Entschuldigung. Kampfpreis für ein bisschen. Sie ist eh scheiße, sie verkackte immer alles. Oh, der Jungler kommt auch noch. Aber wir kommen auch. 4 gegen 3. Oh nein, 4 gegen 4. Gehen wir jetzt echt drauf? Ja, rein da, Marion, alles. Jawohl, und ich auch daneben. Ich geh mit auf den Jungler hier. Jungler tot. Aua, ich fresse Ulti. Kriegst du den? Ich will den Kill nicht nehmen. Gut. Aller die Vein. Alle die Vein. Alles voll geladen. Ja, das geht jetzt gar nicht so gut. Ja, Dröndl kommt hier. Ja, Lukas, du bist das Einzige da gegen 3 oder 1? Da ist jemand ein bisschen genäher. Ja. Ich werde meine eigene... Nee, der Schaden, der war nicht von wein. War dich nicht. Ist der Blue noch da? Ströndl kommt. Lloyd Blue ist noch da. Komm her, Zuckerwock, schnell. Komm, Blue. Der Zuckerwock. Hättest du dir halt einfach einen gescheiten Namen genommen, dann könntest du ihn auch wieder aussprechen. Ich kann dir nicht mehr tanken. Nehmen wir dir. Danke. Ja, ich dachte, oder? Ja, passt. Achso, okay. Scheiße, ich habe irgendwas gedrückt. Jetzt ziehe ich meine Ping-Anzahl oben. Steuerung ist... Was ist das? Steuerung L? Nee. Ich geh back. Ey, der Trundl, der verfolgt mich auch all day. Echt, F, laber nicht. Geil, geh da raus. Der Zauber ist auch nicht bereit. Ja, ich nicht. Einige, ich etwas ignited. Steuerung F, danke. Mimo. Ulti kommt hier. Oh, oh. Ja, der sind einfach alle. Aber der Trundl ist echt heftig hier. Alle Systeme geladen. Oh. Mimo. Gottchen, Karottchen. Ich kann da auch nichts mehr machen. Ne. Die Lux kriegt... Oh. Zuckerwock, Ulti? Ja, das dachte ich. Viel früher hätte die kommen müssen. Ja, ja. Dann hättest du mich gerettet. Na, gerettet nicht, aber hätte er auf jeden Fall die Lux noch bekommen. Ja, und mich gerettet. Ja, da war der doch noch gar nicht da. Ja. Kurz gestorben bist. Er zählt ja Müll. Die hätte kommen müssen aus der Base, Mann. Ich hab doch meine Passive gehabt. Ja, eben. Ich hab meine aus der Base Ulti Passive gehabt. Die Passive von Zack ist das Varys, seine Ulti aus der Base. Ja, ich werde meine eigene... Alles, wie gut. Genau. Ist doch klar, Mann. Mann, nur... Echt. Entschuldigung, ich hab meine Pässe vergessen. Fucking Nukes, ey. Es tut mir leid. Nächstes Mal. Ich mach meine... Nächstes Mal meine Olde einfach aus der Base. Oh, mal klar, ey. Entschuldigung. Für die Vayner, Entschuldigung, die Force? Nee, ist aber auch meine Schuld. Ich verstehe das. Ja. Ja, du hast recht, du gescheiße. Ja, 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 ja. Facecheck. Boah. Nächste Facecheck. Boah. Guck, dass ich die bekomme. Oh, der Dragon is gone. Oh, no. So, geht die Vayne auf Crit-Mantel Trinity Force? Oh. Was hat sie davon? Das ist so gemein, dass der Trundle mein Sprung... Oh, mein Gott, hier stehen Autoreifen drauf. Mit einem Top auf dem Kopf. Guck, dass die Vayne kommt zu dir in one-shotet dich gleich. Oh, da freut er sich aber schon. Ja. Ich muss jetzt pushen hier. Wieso sind jetzt so viele Leute in der Mitte? Keine Ahnung, irgendwie fahrt die in der Mitte. Geh weg von mir, Marion. Warum? Ja, weil, wenn ich die Ulti abkriege, dann... Vayner, wo die Vayne? Wunderbar. Ah, Alter. Für diese. Oh, alle die. Danke. Weiter, Marion. Oh. Hast du noch 1000 AP? 1000 AP? Ja, wundervoll. Eine Million. Run, run, run. Loaded Flash. Oh, ich hab ein bisschen was trinken. Ja, das sind wirklich 1000 AP. Ja, was ist ja denn? Noch genug Lifes, die noch drin bleiben können. Mimo hat auch noch drinnen bleiben können. Ach, ich hab AP vom Start. Du Kürze. 1000 AP mit Leona, ey. Das wär immer... ...one top duty. Das müssen wir immer machen. Von euch ist doch keiner Ägide, oder? One hit wonder bist du denn. One hit wonder. Sie roffeln sich. N. Stop it, yo. Wir gehen da nicht rein. Okay. Kannst du mir das noch weiter erörtern? Was denn? So einen Schluck auf. Ich hab so einen Schluck auf. Try. Was macht ihr denn da, ihr Tryhard? Er flasht. Ich hab ein Problem. So ist die Situation. Jetzt kriegt ihr eine Ulti? Ne, Lugas muss rein. Er hat aber ein Problem. Er hat noch nicht geflasht. Einmal sind da 5 Leute, da kriegst du echt einen Hass. Nein, 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 nein. Tot. Oh, fuck. Schön, aber leider. Jetzt hab ich aber keinen Sprung mehr gehabt. Soll ich da jetzt noch drauf gehen, Lukas? Ich glaub, du kannst gerade tippen. Der Lukas kann grad nicht schreiben. Ich bin ziemlich sicher, dass du gar nicht tippen kannst. Scheiße. Du musst jetzt reingehen, die Veen ist tot. Okay, die Veen ist tot. Okay, jetzt müssen wir rein. Lukas ist hier irgendwo. Ach komm, jetzt. Schön. Gigantiboss. Gigantiboss. So, soll ich jetzt mal ein Ulti machen? Ich stehe in der Base. Ja. Junge, was haben die denn alles, ey? Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Wahnsinn, ey. Oh, das Ulti. Ja, die wär echt richtig smart, oh. Gib ihm hier. Nein. War ziemlich gut. Ja, die war unvorhersehbar. Ja, ich hätte nicht gedacht... Das war, das war ja der Punkt. Mimo, die sind alle back, ne? Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Mimo. Ist der Lidschpin oder der Schlaf des Schmerzengels? Das ist die Frage. Erstmal Schmerzengel. Ich bin in Jahrhundert raus. Ah, Schmerzen. Da steht er, der Nestor. Ja. Tons auf Schmerzen. Oh, 130 Creeps, Wahnsinn. Ich habe mich bald eingeholt. Grausame, düstere Zukunft, hm? Zu einfach. Was, what the fuck, Dennis? Nice. Vielleicht der Anliegen, dass du, glaube ich, bestimmt 10 Mal Mitte warst und insgesamt, glaube ich, bestimmt 10 Creepwaves genommen hast. Gib mir die Koordinaten. Hm. Nein, das macht jetzt dann Tutorial. Nein, nein, das war ein weh. Ja, mit dir macht, ey. 40 Apokalyptisch an der Hand. Ich bin dabei. 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 Was für den Blue ist, Lucas? Ich brauch den. Nein, die wollte ich boarden. Ich bin den Jahrhunderte voraus. Team. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wie die einfach alles daneben schießt, die ist echt. Die Looks is strange. Soll ich da rein? Na, warte mal, wo ist Lucas? Wo ist Lucas? Der sagt, dass wir careful sein sollen. Und noch Lukas Kragas signalisiert, vorsichtig zu sein. Lautilus surft bei mir gerade. Ja, bei mir auch. Geil. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Ich habe jetzt wegen dem Namen immer das Gefühl, dass der Lukas ein Fanboy von Dennis ist. Der Wack ist alt. Ja, der ist echt alt, ey. Naja, aber habe ich selten gehabt jetzt in letzter Zeit. Ist auch so? Okay. Martin. Martin. Ich weiß nicht mehr, wo Martin herkommt. Ohne Spaß. Ja, Freire, der war so wehauen. Hatte Dennis Gartner so bayerisch zu sprechen. Ja, das konnte ich jetzt gehen besser. Die sind so wichtig, die sind so wichtig, die sind so wichtig, die sind so freiwillig. Oh, die. Die gigantisch ist, die. Die werden mich halt so getötet. Auch jetzt gibt es wieder diese Drecks-Ulti, die A-König. Das Game ist verloren. Weil ich verstehe, dass Lukas so macht. Flash. Ich wollte gerade darüber greifen. Was war ich mir eigentlich dabei gedacht? Wo kann ich rüberflashen? Boah, ich fight. Wir wurden als... Wenn du jetzt noch lange überlegst, gar nichts mehr zu mehr. Was hat er eigentlich gemacht, Lukas? Ja, Lukas war Botlane-Farm. Das Problem war, dass hier jemand von euch gecatcht wurde. Ja, der... Das war ich. Zock-Hoffkopf oder wie auch immer. Zock-Hoffkopf. Zock-Hoffkopf war das meine Fresse. Boah, Gott, sie sind ein Hammer. Zock-Hoffkopf. Sehr gut, Leute, die sind Luxe. Die Russen konnten noch nie League of Legends spielen. Ja, deswegen ist Gambit auch noch fast eine mehr Erste gewesen. Merk dir einfach Zucker-Bock. Zock-Hoffkopf, bitteschön. Zock-Hoffkopf. Drausame, düstere... Und wie bist du auf diesen tollen Lagen? Ulte einfach. Ulte einfach. Ulte einfach. Ich habe keine Ulti, aber danke. Oh, das ging schön. Sehr gut, dass du noch eingehst. Ich mache meinen Beitrag dazu. Wie ist denn das zu schnell gegangen? Ey, Junge, diese Vayne, Alter. Die ist so hart, Kobe Field. Vergiss das, wir können nur ein bisschen defenden hier. Das kann doch nicht sein. Das hatten wir so in der Hand, das Game. Ja. Wenn der Lukas die ganzen Kills auf der Botlane nicht genommen hat, dann wäre es vielleicht besser ausgegangen. Ja, nein. Dennis hat auch... Lukas hat auch nie top gegankt. Keine Einziges Mal. Ja, aber guck dir mal... Guck dir doch mal die Stats an, Alter. Vayne hat 19 Kills. Ziel war eins. Junge, Junge. ISF. Die Vayne. Ja. Aber die hat schon oft, äh, zumindest... Lukas, hier, Mewor, kann ich den Toplane-Farm haben? Nee. Ja, doch mal. Nee, nee, dann habe ich Litch-Bane. Ich muss doch warten. Ja. Ich bin über... Ich old in 5 Sekunden. Nee. Was? Nee. Dann musst du dich bellen. Ah, nee, jetzt old ich nicht mehr. Jetzt gibt es kein Zurück. Ich seh' nicht an. Machen die es Baron oder so? Loll. Möglich. Ich bin Jahrhunderte voraus. Haben sie schon? Ja, haben sie schon. Baron ist weg. Wo weißt du? Das ist weg noch da. Ja, einfach Wayne One-Shotten haben wir als Spiel gewonnen. Das ist ja easy. Lass mich mal kurz weggehen. Ich kann mir ein bisschen kaufen. Oh, diese Lux ist so schlecht, ey. Ich muss kurz Litch-Bane kaufen. Werden wir noch da? Ja, die macht ihn jetzt. Oh, die Vane, ey. Ja, die ist richtig heftig. Die shreddet mich auch runter wie... Weiß ich nicht. Obwohl ich 3000 gibt. Das ist ein Armor, Mimo. Ich bin in Jahrhunderte voraus. Das ist ein Armor-Item und Restmatch-Bless. Das heißt HSF. Halt sein. Halt seine Fresse. Achso. Mimo, äh, Lukas, warum bist du schon wieder Top-Lane? Alter, das war ein Schuss. Das war eine Attacke. Unglaublich. Ein Scheißschuss. Mimo, du musst Dornepanzer kaufen. Mimo. Au. Ich geh mal weg. Ja. Mimo, kauf Dornepanzer. Ja, beim nicht vorhandenen Geld. Stell mich vor dich. Ja, danach halt. Und tanzen. Alter, ich bin fertig. Wieso? 40 apokalyptisch. Zu viel getrunken. Echt bist du im Arsch? Ich bin schon ziemlich im Arsch. Witzig. Deswegen spielst du so scheiße. Ja, ja. Mimo, muss ich mir das echt von dir anhören? Ja, von dir, Mimo. Viel Spaß, aber ja. Ich spiel deswegen wahrscheinlich so ein bisschen scheiße. Was machst du denn da? Wir haben gerade über Scheiße spielen geredet, ne? Hau doch, post dich schon mal getrunken. Ja, ich hab da gefahren, ne? Ich hab da so gefahren. Und dann... Ich bin tot. ...anspring und dann kommt ein Vayne. Und hat mich im Sprung gegen die Wand gemagelt. Oh. Ach Gott, im Ernst. Die ultet auch, die Luxus. Das ist der Wahnsinn. Ja gut, die hat mich nicht getroffen. Trotzdem bin ich... Oh, Lugas. Jo, dieser Megaschild. Willst du mich verarschen? Hast du das gesehen? Ja, weg hier. Die Vayne kommt. Wenn die Vayne... Die Vayne war nicht mal im Fight dabei. Hundert, hör voraus. Hey, dieser Megaschild von der Luxe. Oh, shit. Oh. Schau auf zu gannen hier. Hier wird nicht gegannt. Sorry. Trink einen Kaffee. Report. Wehner kann der Udi mehr, das ist gut. Bei den Marion. Oh, okay. Ja, sie hat geflasht. Und Barrier, Juma. Barrier auch noch? Nee, oder? Sag halt so oft. Da wird der Zocker heute Abend keinen Spaß mehr haben. Mit einer müden Frau. Oh, ey, ey, ey. Mimo, ey, du Lava, so viel Müll gerade. Wie ist die Reposition? Hol die in 20 Sekunden. Spiel verlieren. Und dann auch noch sowas. Du hast deine Top-Lane, hast du die gewonnen? Oh. 1-6. Am Anfang. Das spielt doch überhaupt gar keine Rolle jetzt. Ja, okay. Mimo, wenn du ein Privatvideo willst, dann schick an meine... an meine Privat-E-Mail. Ah, okay, okay. Hör mal. Wir können ja mal austauschen. Ich hab auch so ein paar... Ja, krass. Mimo vor im Fernseher. Tape 1. Harte Hund. Wer geht denn schon zu mir? Die Sonne, die Sonne-E-Mail ist bestimmt, ey. Wie so ein Spacken. Wieso spiel mir kein Aram? Weil Aram langweilig ist. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Ich will aber auf der Tastatur jetzt mein Gesicht schlafen lassen. Was, du bist auch für Aram? Nein, nein. Das ist nicht für Aram. Nein, der Luke. Das ist nicht für Aram. Luke, das ist nicht für Aram. Harte Hund. Sollte es aber wissen. Also ich glaub manchmal... Warum spielen wir eigentlich noch? Ich steh ja auch nicht. Ich steh ja auch nicht. 20, 30, ja. Das ist nur die Vane. Das ist mein Versuch aufzugeben. Lukas, du kommst jetzt hoch. Lass die Bottle hin. Mach einen Fass rein und geh weg. Einen Fass rein, geh weg. Ach du, ich schaff's nicht. Danke. Nö. Alle Systeme geladen. Ach je, ihr Kackfress. Trunkte Leone, hey. Hey, hey, hey. Ich fokuse jetzt an Astronautilus. Lukas, du musst einfach die Vane ulten und dann... Ja, Lukas, das ist auf der KP. Also da kann die Vane loggerwann schon fast. Heiß Lux. Die Vane ist wichtig. Scheiß doch, die Lux, Marion. Die Vane ist wichtig. Ich bin ihn ja. Der kann meinen Sprung damit blocken. Das geht mir so auf den Sack. Da ist die Vane. Hast du geboardet? Nee. Geh da nicht hin. So, das ist hier geworden. So jetzt, Herr Lukas. Was? Gut, danke. Weg hier. Na, ein bisschen weg. Lukas, weg. Lukas, weg. Oh, Lukas. Ich werde meine eigene Zukunft erschaffen. Hier haben wir... So muss man das machen. Irgendwie haben wir nicht geslowed. Du hast recht. Wie ist deine Position? Ich werde sie kosten. Ja, das ist so teuer. Wir haben so viel Spaß. Alter, ich habe die Lux fast gekillt. 15 HP. Fast oder? Ich werde meine eigene Zukunft leisten. Scheiße. Haben wir dann fast gewonnen? Ja. Aber nur fast. Hey, guys. Hey, das ist von lustig. Ich trol die Harde. Ihr denkt, der kann mich külen. Du weißt doch, dass der Dennis FPS Legs hat. Hab ich gar nicht. Stopp, Dennis jetzt! Nehm nicht gar den Schiff. Du drü 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 drü. Die Junge, die sind missgebotene Oldie. Die Junge wurde getötet. Komm, der Nautilus. Dieser scheiß Felsen, mir reicht's langsam. Ja, wir sind eh nur noch zu zweit. Ja, komm, wir zwei durch die Dunkelheit. Ich bin dabei! Der Sokka Wokka hat auch so viele Items, es fallen so viel Rüstungsdruck. Wahnsinn. Was hin in Ruhe? Der wollte nicht AD Carry spielen. Dankeschön. Danke, Mi Mom. Ja, ist ja wirklich so. Wenn ich AD Carry spielen würde, wäre ich auch so kacke. Hier, Lukas. Oh, Dennis, ich wollte da ein Ward reinstellen, so tryhard. Entschuldigung, dass ich mein... Ich wollte da auch ein Ward hinstellen. Mann, jetzt wollte ich mein Ward hinstellen. Keine Ahnung. Lukas! Oh, da kommt die Vayne, hier. Ja, die kommt doch nicht. Wo kommt die denn? Hier. Und ich werd sie bummsen. Warte. Wenn ihr kommt, hält sie auf. Das ist mir anders überlegt. Stell dich doch da hin, Mimo. Ja, ich stell mich jetzt da hin. Ja, dann kriegen wir. Guter, guter Smite, Lukas, aber... Oh, oh, okay, ich flieg doch mal hoch. Du hast bitte nicht den Barrel-Buff wasen. Oh, okay. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir sind total geerkennt. Oh, die Ulti war richtig gut, ne? Ach, was war denn das jetzt für ein Teamfight? Check's nicht. Ich fand den Fight auch dumm. Aber weg damit. Ich konnte nicht springen. Nicht rein da! Nicht rein da! Outritte ihn, Mann! Kite! Irgendwas musst du doch machen. Ja. Wie soll ich jemanden kiten, der mich slowt? Gar nicht. Könnten die mal aufhören damit. Hotline-Carrot. Da ist nichts zu machen. War die nicht so schlimm? Na, der Trunnel geht. Die Beine ist schlimmer. Die Lulu ist gut. Hä? Aber in Henness, in Henness ist er fünfmal gestorben. Ja. Ist ja nicht unkillbar. Ja, Leute, es tut mir wirklich leid. Ja, es tut mir auch leid, Leute, dass ihr sowas ansehen müsst. Es lag nicht an... Es lag nicht an Dennis, also bitte abonniert seinen Kanal. Dennis ist eigentlich Challenger 1. Ach, laber nicht. Schaut seine Videos. Sie sind wirklich gut. Ich finde sie wirklich gut. Ich schaue sie jeden Tag an. Ja, genau. Abonniert den Kanal. Abonniert Dennis. Wir abonnieren euch zurück. Abonniert Dennis' Kanal. Abo gegen Abo. Abo gegen Abo sind auch so eine Spacken, Alter. Abo gegen Abo. Kommi gegen Kommi. Ja. Okay, ich schreibe jetzt ein Adam. Zab team. Dolls zu небen nicht.